Das war eigentlich eine gute Zeit von der Arbeit her. Ich habe viel dann wirklich in der Schule gemacht und ich habe viel mit den Schülern gemacht. Es waren dann auch Sommerferien und wir haben dann in den Sommerferien in der Schule trotzdem gearbeitet, Theaterprojekte und da haben mit den Schülern irgendwie Graffitis gesprayt und wir hatten eine Sommerschule, die der DAAD in Duchampier organisiert hat. Also es gab relativ viel zu tun und ich habe mich dann so ein bisschen in die Arbeit geflüchtet, glaube ich.